Moin, ich bin Brooklyn Kolaveri, ich bin 19 Jahre alt und ich mache seit 15 Monaten hier Boxen. Ich habe mit Boxen angefangen, weil das ist mein Traum, seitdem ich klein war. Ich habe immer Mohamed Ali geguckt, Mike Tyson und ich wollte wie div werden. Ich habe in Albanien noch zwei Jahre lang Kickboxen trainiert und als ich in Deutschland gekommen bin, habe ich mich entschieden, Boxen bei Leon Fight Club zu anfangen. Meine Trainer sind streng, sie versuchen immer das Beste zu geben und sie haben mich und anderen Schülern das Beste beigebracht. Wenn neue Leute hier kommen, die sind hier willkommen und wenn ihr Bock habt oder Lust habt, dann kommt ihr einfach vorbei, wir unterstützen euch und das macht einfach Spaß. Boxen ist ein freundlicher Sport.